Peter macht heute eine unabseitbare Fahrt. Hier haben wir den geilen Gast ein Bier getrunken. Guck an hier. Sauber, sauber kann ich nur sagen. Wir wollen mal rumschwenken hier. Hier geht die Luzi ab, um eins. Um eins sind sie alle schon bereit hier, hundertprozentig. So wollen wir das hören hier und nichts anderes. Hier haben wir Töne auch noch mit drauf, was auch nicht. So ist es, alles gut. Peter fühlt sich hier ganz gut. Ich muss immer vorbeigucken hier. Aber ich muss immer mein Asthma-Spring mit haben. Aber sonst ist alles klar, logisch. Nur der HSV, sag ich. Asthma-Spring ist stumping. Wie sieht das aus? Nur der HSV und das andere jetzt. So wollen wir das sehen. Drei Punkte. Was sagst du denn? Logisch. In Aue gewinnen sie hundertprozentig. Alles klar. Wird schwer, aber machbar. Alles klar, Dieter wird das schon machen mit der Truppe. So, nur der HSV. Tschüssi.